Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie versprochen geht es hier heute weiter mit der Kettenregel. In einem der vergangenen Videos habe ich dir ja schon ein einfaches Beispiel präsentiert und dort habe ich dir schon angekündigt, dass ich eine schwerere Wurzelfunktion mit Hilfe dieser Kettenregel ableiten möchte. Um so etwas abzuleiten, braucht man meistens nicht nur die Kettenregel, sondern auch noch ein paar Umformungsregeln. Dementsprechend nehmen wir uns jetzt die Zeit und schauen uns das Ganze an, wie das funktioniert. Wenn dich das Ganze interessiert, dann würde ich dir sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video. So, hier oben habe ich dir nochmal die Kettenregel, die ich dir ja recht kleinschrittig in einem der vergangenen Videos schon erklärt habe, hingeschrieben. Und in dem vergangenen Video habe ich dir ja auch schon die Schritte, die man eigentlich immer gehen muss, an die Seite geschrieben, sodass die jetzt hier heute klar sein sollten. Wenn du dieses Video noch nicht gesehen hast, klick hier einfach irgendwo auf dieses i oder schau in die Infobox. Dort verlinke ich es dir auf jeden Fall nochmal. Aber der erste Schritt ist ja, dass wenn wir so eine Funktion sehen, dass wir erst einmal das u, also das Äußere, und das v, das Innere, bestimmen müssen. Das Äußere bei so einer Wurzelfunktion ist tendenziell eigentlich immer die Wurzel. Also, bei mir in diesem Beispiel handelt es sich ja um die dritte Wurzel von x. Und das Innere ist fast immer in 99% der Fälle das, was unter der Wurzel steht. Also, 4x plus 1. Du weißt, im nächsten Rechenschritt müssen wir ja jetzt u', also u ableiten und v' bestimmen. Bei v' ist es alles gar kein Problem, das ist eine relativ einfache Funktion, die wir recht schnell ableiten können. Aber bei der Funktion dritte Wurzel aus x könnten wir ein paar Probleme kriegen. Doch ich habe ja schon Videos dazu gemacht, wie man eine Wurzelfunktion in eine Potenzschreibweise umwandelt. Hier siehst du nochmal die Regel. Denn sobald du etwas der Form x hoch eine Zahl hast, können wir ganz einfach unsere altbekannten Ableitungsregeln darauf anwenden. Nämlich aktuelle Potenz mit der Zahl davor mal nehmen und o mal abziehen. Wenn wir noch nicht diesen Aufbau x hoch Zahl haben, dann wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Doch dafür haben wir ja genau diese Umformungsregeln. Du siehst, die Zahl, die hier steht, die kommt unterhalb eines Bruches in der Potenz, also im Exponenten. Und die Zahl, die hier steht, oberhalb. Wie gesagt, wenn dir das so schnell geht, das verlinke ich unten auch auf jeden Fall nochmal. Du siehst, mein Beispiel ist das n, sozusagen die 3. Und x, naja, x ist eine Abkürzung für x hoch 1. Das heißt, wenn da keine Potenz steht, kannst du dir immer eine hoch 1 dazu denken. Wenn ich das Ganze dann umforme, wie gesagt, wir sind noch nicht bei U', wir sind erst einmal beim Umformen, bin ich bei x hoch diese Zahl unterhalb des Bruchstriches, also Drittel, die Zahl oberhalb. Also x hoch ein Drittel. So, und jetzt haben wir wieder diesen Aufbau, dass wir das Ganze ableiten können. Wir bilden also U' von x und wissen, wir müssen die aktuelle Potenz, also ein Drittel, mit der Zahl davor mal nehmen. Steht hier keine Zahl, kannst du dir immer nur einmal davor denken. Wir rechnen also ein Drittel mal 1. Naja, ein Drittel mal 1 ist ein Drittel. x und oben müssen wir dann abziehen. Ein Drittel minus ein Ganzes, also ein Drittel minus 1, ist dasselbe wie, du weißt, Brüche am besten so plus und minus rechnen, dass sie denselben Nenner haben. Und bei ganzen Zahlen darfst du dir ja immer ein Drittel darunter vorstellen. Das heißt, ich werde jetzt diese 1 erstmal auf Drittel erweitern, bin dann bei 1 Drittel minus 3 Drittel. Und naja, bei plus und minus rechnen wird der Nenner ja beibehalten und die oberen Zahlen werden verrechnen. 1 minus 3 ist sicherlich minus 2. So, also x hoch minus 2 Drittel. Wenn man das jetzt so stehen lässt, wenn man nur die Aufgabe hat, die Ableitung zu bilden, würde ich wahrscheinlich gar nicht weiter vereinfachen. Ich würde jetzt V-Strich bilden, dort einsetzen und hätte meine Ableitung. Doch häufig ist das Thema Ableiten ja dann relevant, wenn man Extrema und so berechnen soll oder Wendepunkte. Dann bin ich ein Fan davon, diesen Ausdruck nochmal zu vereinfachen. Wenn du jetzt plötzlich eine negative Potenz siehst, und das siehst du in den allermeisten Fällen einer Wurzelfunktion so, dann hilft uns hier diese zweite Regel. Du siehst hier x hoch etwas Negatives ist dasselbe wie 1 durch x hoch das Positive davon. Das heißt, dieses Minuszeichen wird im Endeffekt durch 1 durch ersetzt und dann unter dem Bruchstrich kommt alles ohne das Minuszeichen hin. So, die 1 Drittel, die übernehmen wir nochmal. Wir kümmern uns jetzt gerade nur um diesen hinteren Ausdruck mit dieser negativen Potenz. Wir sehen jetzt hier ein Minuszeichen. Wir schreiben also 1 durch hin, können dann dieses Minuszeichen abdecken und schreiben dann alles darunter ohne das Minuszeichen. Also x hoch 2 Drittel. Das ist immer noch nicht ganz schön, das weiß ich. Denn diese 1 Drittel übernehme ich nochmal. Nur auf diesen unteren Teil, also auf den Nenner dieses Bruches hier, werde ich jetzt diese Regel rückgängig machen. Denn was in diese Richtung geht, geht auch in diese Richtung. Das heißt, ich sehe oben eine 2, das heißt, ich weiß schon, meine Basis muss irgendwie hoch 2 sein. Das heißt, die Zahl, die da oben ist, die kommt ja hier hin. Dann brauche ich darüber eine Wurzel, denn ich sehe ja einen Bruch. Und die Zahl, die da drunter ist, das ist sozusagen, um welche Wurzel es sich handelt. Bei mir Drittel, also Drittel. Jetzt habe ich es ein bisschen groß hingeschrieben. Natürlich ist es nur der untere Teil. Mein 1 durch fehlt da irgendwie noch. Ich habe jetzt tatsächlich nur x hoch 2 Drittel in die dritte Wurzel aus x Quadrat wieder rückgängig gemacht. Und jetzt noch der letzte Rechenschritt. Jetzt kommt diese 1 Drittel davor ins Spiel. Jetzt können wir Zähler mal Zähler, also 1 mal 1 für oben rechnen. Und 3 mal die dritte Wurzel aus x Quadrat für unten. Das ist immer noch die dritte Wurzel, also 3 mal die dritte Wurzel aus x Quadrat. Jetzt haben wir das Ganze so weit, naja, ich nenne es jetzt einfach mal vereinfacht, beziehungsweise, wenn man meint, schöner hingeschrieben. U-Strich ist fertig. Jetzt geht es mit V-Strich weiter. V-Strich von x müssen wir auch bestimmen für unsere Kettenregel. Du siehst hier, wo wir V-Strich brauchen, Ableitung von Zahl mal x ist Zahl, also in dem Fall dann 4. Eine reine Zahl fällt beim Ableiten weg. Und jetzt kommt unsere Kettenregel ins Spiel. Da weißt du ja, dass man das ursprünglich Innere, also das V, in U-Strich einsetzen muss. Und zwar in jedes x, welches du in U-Strich findest, also dort. Und danach werden wir es hier mit mal nehmen müssen. Wenn wir das dann machen, sind wir sicherlich bei F-Strich von x. x ist 1 durch die dritte Wurzel, äh, dreimal die dritte Wurzel. Und jetzt kommt ja unser x. Also, Klammer auf, 4x plus 1, Klammer zu. Es geht weiter mit hoch 2, große Wurzel drüber. Und den ganzen Ausdruck, wie du siehst, habe ich tatsächlich den kompletten Aufbau hier beibehalten. Nur da, wo das x ist, habe ich das hier eingesetzt und das beim Einsetzen unbedingt eine Klammer drum gemacht. Und den ganzen Ausdruck muss ich ja noch mit V-Strich mal nehmen, also mal 4. Jetzt könnte man die beiden Dinge noch zusammenfassen. Denkt dran, Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Haben wir keinen Nenner, denkt in der 1 drunter. 1 mal 4 für oben, sind wir sicherlich bei 4. Der ganze Ausdruck mal 1, bleibt der ganze Ausdruck. Also 3 mal die dritte Wurzel aus 4x plus 1 hoch 2, große Wurzel drüber. Und das ist dann die Ableitung. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann bitte nicht vergessen zu teilen. Vor allen Dingen über WhatsApp und Facebook. Und vielleicht deinen Mitschülern oder Mitlernern irgendwie von diesem Kanal erzählen. Da würde ich mich megamäßig drüber freuen. Wenn du noch weitere Video-Wünsche hast, irgendwie zum Thema Ableiten oder zum Thema Kurvendiskussion mit E-Funktionen, mit irgendwelchen Funktionsschalen oder so. Dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich werde dem super gerne nachgehen. Jetzt geht mir das Buang hier selber auf den Nerven. Ich hoffe, es war trotzdem noch irgendwie erträglich. Und jetzt wünsche ich dir wie immer noch viel Erfolg beim Nernen.